Hallo Leute und Willkommen zu einem weiteren Part Dr. Mario Wolkja Hier sind nur ein paar Items die ich auf meinem Handy gesehen habe, die wir auch hier abholen können Wir können ein bisschen rekrutieren Wir haben drei von diesen Dingern bekommen Und jetzt bekommen wir einen coolen Doktor Uh, die Piranha Pflanze, die ist ja auch ein Smash 5% Chance, dass Viren bei Level Stadt beseitigt werden Ich glaube auf meinem Handy habe ich sogar einen besseren als die Piranha Pflanze Der glaube ich 10% Chance hat oder so Für Talenterzeug um 10% schnell, ja das ist gut, Stachel schieb Und für die jetzt noch einen coolen Doktor so Spike, okay, Basis Funktions Ja, okay Schade, keinen einzigen Doktor, ne Was haben wir aktuell? 10% Chance, ja okay Wir haben ihn sogar im Team, ne Ja, ganz ehrlich, ich will lieber, dass, äh, meine Talentanzeige schnell aufladen wird Ich kann den anderen ja später nochmal nehmen, ne Ich frage, was würde uns so an... Was würde uns so noch fehlen an diesem Asistenten? Ja, einige, ne Holen wir uns weiter Sterne, damit wir noch so ein Ticket bekommen, ne Und scheiße, beim letzten Part habe ich mich mega geärgert, weil Ich habe den Part aufgenommen und dann habe ich gesehen Ja, ich habe die Aufnahmen nicht auf meinem Tablet, ne Die ist da jetzt heute, ungelogen so So vier, fünf Tage nach der eigentlichen Aufnahme wieder erschienen So wirklich, ne So wirklich, ne Das machen wir hier hin Du kommst da hin Und du hier Du kommst da hin 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 Ok, machen wir hier Das sind noch Leute, wieviel sehen wir hier? Ach ok, dann ist einer noch unter nem Lauf Der jubler Stein Die Musik nervt. Spät nur Müll, ne? Geschafft! Nice! Drei Sterne oder nur zwei? Drei! Nice! Wir kommen gut weiter in der zweiten Welt. Und ja, wir können uns jetzt noch einen Charakter holen, lol. Gibt mir... ... 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 Ob die Bonus-Level an die Welch nicht erst am Ende wagen. Stachy. Als ob sie auch die Teilen der Zeige schneller füllen lässt. Warte mal, kann man das so kombinieren? Nur Stachy. Grundsätzlich. Füllt die? Ach, okay. Dann nicht. Dann bleibe ich hier bei meinem Stachelcheap-Kombo. Ich wusste noch nicht mal, dass der Stachelcheap auf Deutsch heißt. Ich wusste überhaupt nicht seinen Namen. Jetzt kenne ich den Namen von diesem Stachelcheap. Es gibt auf jeden Fall einige Gegner, die leise Fähigkeiten haben. Und das wissen wir ja schon, wo das hinkommt. Das wissen wir ja schon, wo das hinkommt. Mh. 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 Also das kommt hier unten. Okay. Das machen wir dann so. Wenn wir den hier wegkriegen. Mhm. Mhm. So. Alter. Stütze machen wir mal zu viele. Mhm. 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 Dann machen wir so. Mhm. 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 Die machen wir hier. Ja. 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 Okay. Machen wir das so. Mhm. Äh. hier noch 17 machen wir das schon mal da rein das machen wir hier hin du kommst hier hin So, machen wir durch hier hin. So, das schnauben wir hier hin, Tisch hier, noch eine Münze, ja, haben wir es ja. Ja, und Bausers Teilen dann sage ich, weil sie sogar jetzt gefüllt haben. Ja, okay, dadurch, dass viele Karten rechts geblieben sind, haben wir die drei Sterne bekommen. Ähm, ich glaube, je nachdem, wie viele Sterne man hat, kriegt man auch noch ein paar, ein paar Münzen. Ich glaube, 50, 150 oder so, ne. Na komm, ein Stern kriegt auch eh jeder hin, mindestens. Na ja, Level 51, wir haben ein Viertel der Welt geschafft. Die erste Hälfte des Abschnitts. Ich habe hier auf der Seite ultra viel Pech mit den Bossen, ne. Auf dem Handy habe ich tatsächlich schon, wie viele Doktoren? Auf jeden Fall echt ne Menge, hm. So, ne, da habe ich drei Doktoren. Komm, geh weiter nach unten. Oh, das ist noch 16, Alter. Das sind die hier alle irgendwo versteckt sind. 13. Machen wir das hier hin. 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 Ach hier, Alter. Das weiß ich, wenn die in zwei Blöcken da sein. Machen wir das hier hin. Machen wir das hier hin. Das ist ein roter. so geschafft ja der Part ich denke wir werden noch ein Level machen sind jetzt schon bei 16 Minuten die Part die Part sind etwas kürzer und seltener kein Level, es kommt so aktiv wie Paper Mario Colorsplash und auch das King in Battle das stimmt, ich erinnere mich an das Stereo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, geschafft. Okay, wir können noch ein Level machen, denke ich. Ich glaube, in dem Level habe ich es tatsächlich einmal geschafft zu fehlen, obwohl es gar nicht so schwer ist. Ja, aber doch ein Level können wir noch machen. Level 53 Ich brauche aber zwei roten Warum bekommst du Setsame? Was zum Teufel Leute So machen Ja Geschafft Ja war nicht so schwer Außer einen den ich halt Spaziert habe Weiter gehts Also nein Der Part ist jetzt zu Ende aber In diesem Part gehts weiter Ich hoffe euch hat dieser Part gefallen Falls ja dann gebt den Daumen nach oben Lasst ein kostenloses Abo da Folgt mir auf Twitter Ihr wisst Bescheid Auf jeden Fall das wars Leute Tschüss Wartet 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 Ich habe meinen Lock-In Bonus noch nicht geholt Jetzt könnt ihr gehen Tschüss Das war ja Ich habe mich nicht